Es ist ziemlich wild. Das ganze Land wird auf Zukunft umgebaut. Per Gesetz. Auf Strom von oben, auf Wärme aus der Luft und aus dem Boden. Wird ja auch Zeit. Aber jetzt alle so, wer baut das um? Wer baut das ein? Wer kennt sich aus? Für die Antwort musst du nicht jahrelang die Studienbank drücken. Alles was du brauchst, ist diese Ausbildung. AnlagenmechanikerInnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Werde technischer Experte oder technische Expertin für erneuerbare Energie. Weniger reden, mehr retten. Bewirb dich jetzt!